Und als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt am Wort die Innenministerin Johanna Mikkel-Leitner von der ÖVP. Damen und Herren des Bundesrates, ja, das Arbeitsprogramm ist relativ umfassend. Was wir brauchen, ist vor allem Umsetzung. Und hier braucht es vor allem in der Umsetzung Tempo, Tempo, Tempo. Und auch für den einen oder anderen, der hier den Umfang des Papiers kritisiert hat, erinnere hier, dass es dazu umfassende Diskussionen im EU-Ausschuss des Bundesrates gibt. Dass es hier vor allem auch auf der Parlaments-Homepage eine umfassende EU-Datenbank mit allen Dokumenten gibt. Und dass jeder von Ihnen die Verantwortung hat, sich mit jedem einzelnen Punkt dieses Arbeitsprogrammes auch intensiv zu beschäftigen. Aber gestatten Sie mir nur zwei zentrale Punkte herauszugreifen. Dies eine ist das Thema Grenzschutz. Und wir alle wissen, dass wir eine umfassende Sicherung der europäischen Außengrenze brauchen. Dass es nur dann ein Europa ohne Binnengrenzen geben kann, wenn der europäische Außengrenzschutz funktioniert. Und wir wissen, ja, er funktioniert nicht. Deswegen bin ich auch dankbar für den Vorschlag seitens der Kommission, hier Frontex auszubauen zu einer europäischen Grenz- und Küstenwache. Mit mehr Kompetenz, wo die Kommission, wo die Europäische Union aus eigenem heraus in den Einsatz gehen kann und die europäische Außengrenze schützen kann. Denn es ist hier ein gemeinsames Anliegen und eine gemeinsame Verantwortung. Es kann nicht sein, dass das nur in der Hand Griechenlands liegt oder Italiens, wo hier Hilfe angeboten wird, aber auch nicht umfassend angenommen wird. Deswegen werden wir auch weiterhin nationale Maßnahmen setzen. Solange der Grenzschutz der europäischen Außengrenze nicht funktioniert, sind wir gezwungen, zum Eigenschutz nationale Maßnahmen zu setzen. Deswegen bin ich auch froh darüber, dass im Rahmen des Asylgipfels hier die Obergrenze festgelegt worden ist für das Jahr 2016 und die weiteren, heuer mit 37.500. Denn nur dann, wenn die Bevölkerung weiß, diese Zahl gibt uns Planbarkeit, diese Zahl gibt uns Sicherheit, werden wir auch die Akzeptanz der österreichischen Bevölkerung haben. Und diese Zahl, diese Obergrenze 37.500 ist für uns Handlungsmaxime, ist Handlungsmaxime für all unsere Maßnahmen, die wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zu setzen haben. Zum Zweiten, was mir noch wichtig ist, ist der Kampf gegen den Terrorismus. Auch dieses Thema stand heute schon im Mittelpunkt im Zusammenhang mit dem Staatsschutzgesetz. Hier ist mir vor allem auch wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten intensiviert wird, die Zusammenarbeit mit Europol und Interpol. Und dass es hier vor allem eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Diensten und den Strafverfolgungsbehörden gibt, um eben erfolgreich im Kampf gegen den Terrorismus sein zu können. In diesem Sinne, viele Maßnahmen, die im Arbeitsprogramm enthalten sind, viele Maßnahmen, die gut wichtig und richtig sind. Diese Maßnahmen nützen jedoch nichts, wenn sie nicht zur Umsetzung kommen. Und diese Umsetzung muss rascher folgen, denn Europa wird daran gemessen werden, wie wir die Flüchtlingskrise bewerkstelligen können. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen gestärkt aus dieser schwierigen Situation heraus, oder Europa wird an der Flüchtlingskrise scheitern. Und wir alle wissen, wir wollen ein weiterhin starkes Europa. Und wir wollen auch europäische Lösungen. Aber auf diese europäischen Lösungen können wir jetzt nicht ausschließlich vertrauen, sondern sind dazu auch gezwungen, nationale Maßnahmen zu setzen, um vor allem auch den Druck zu erhöhen. Den Druck zu erhöhen auf jene Mitgliedstaaten, die bisher nur Solidarität als Einbahnstraße verstehen. Und gerade Solidarität heißt geben und nehmen in einer europäischen Gemeinschaft. Dankeschön. Applaus